Boah, ich habe jetzt die letzten zwei Tage mal wieder mit Sport angefangen. Ich sage euch ehrlich, Leute, Katastrophe, Katastrophe. Das ist wirklich, äh, also was heißt Sport angefangen? Ich kann ja nicht so viel machen, weil ich durfte ja mit der Hand hier noch nichts machen. Wie es ja hier, so sieht es aus, Leute. Das ist die Narbe. Guck mal, die haben einfach mein Tattoo falsch angenäht, Leute. Guckt euch das an. Also, ja, dafür können die natürlich nichts, aber das sieht jetzt lustig aus. Guck mal hier, seht ihr das? Seht ihr? Seht ihr das Tattoo? Ey, ihr müsst gucken, Leute, das Tattoo ist einfach schief. Aber dafür können die ja natürlich nichts, ne? Aber es sieht absolut lustig aus. Ey, warte, 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 ich zeige euch das gleich noch mal. Das Tattoo ist einfach schief. Wie willst du das erzählen? Bro, was ist mit diesem scheiß Internet hier los? Ich check das nicht. Ich hoffe, jetzt geht's. Ey, warte, ich muss euch das zeigen. Das Tattoo ist einfach schief, Bro, jetzt. Guckt euch das an, hier. Guckt euch das an, oder? Ey, was ist das, Bro? Die ist einfach schief, Junge. Die schießt jetzt einfach nach unten. So dick ist das. Ey, das dürfst du auch gar keiner zählen, ne? Da ist ein bisschen was schief, Gingang, glaube ich. Das sieht auch zu lustig aus, ne? Hey, wo ist schief? Das sieht man doch. Die ist doch hier vorne, weiter unten. Guck, oder? Fokussier hier. Ey, Bro, das dürfst du auch keiner zählen, ne? Das Ding ist einfach schief. Die Waffe ist einfach verbuggt. Ja, das ist, äh... Die ist einfach ein bisschen verbuggt, ein bisschen schräg. Das ist, das soll natürlich so sein. Einfach bug, ja. Ich check's auch nicht. Ja, ich würde auch sagen, die hat eine kleine Delle. Aber gut, was will man machen, Leute? Ja, geht ja auch noch. Ist ja auch nicht so schlimm. Ey, Leute, äh... Fortnite aktuell... Ey, ich hab so wenig gezockt, glaube ich, wie nie. Ich hab, glaube ich, wirklich... Das ist mit... Also, ich hab ja... Es gab ja schon ab und zu mal Seasons, wo ich wenig Fortnite gespielt habe. Aber die Season ist, glaube ich, Rekord. Muss man wirklich einfach sagen. Das ist Rekord. Ich hab's zum Anfang der Season predicted, ne? Ich hab gesagt, ey, Bro, die neue Season... Weiß nicht. Die sieht optisch ganz nice aus. Ey, Dominik, nochmal 20 Euro hier. Ehre, Bro. Äh, optisch sah die neue Season ganz nice aus. Aber, Bro, es gab nix Neues. Ich weiß auch nicht, gerade aktuell Streaming... Ich weiß auch nicht, Leute. Zockt Vollgas. Ja, ja, safe. Wir zocken heute Vollgas. Hundertprozentig, Leute. Gar keine Frage. Wir zocken heute safe Vollgas. Nee, also, ich muss echt sagen, Leute... Krass, wie ich die neue Season prediktet habe. Leute, ich weiß noch, erster Tag, als die neue Season rauskam. Ich sag so, ja, Bro, Season optisch ganz nice. Gameplay technisch Müll. Und ich sag euch, das hat mal wieder 100% gestimmt, ne? Ich glaube, es gibt nix, was krasser gestimmt hat, als meine Prediction dieses Season. Ich hab so wenig gezockt, hab ich noch nie. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es wird auch echt dieses Season die wenigste Fortnite-Season überhaupt werden. Bis zum nächsten Mal.